Hallo, kurzes Infovideo, es geht ganz schnell, also Kanal wird sozusagen resettet, ich werde die ganzen Let's Plays neu, also nicht alle, also ich werde mit neuen Let's Plays durchstarten. Warum kam jetzt die ganze Zeit nichts, also es liegt wirklich an meinem PC, an diesem Modell, weil es sich irgendwie mit dieser Internetverbindung schwer tut, aber ganz ehrlich, so einen Rechner kann natürlich auch nur ich bekommen. Ähm, jeder normale Mensch hat einen ganz gewöhnlichen, stinknormalen Rechner, der wenigstens mit dem Internet funkt, ich habe eine richtig geile Grafikkarte, dafür funktioniert das Internet wirklich scheiße. Und, ja, ähm, ja, dann, ähm, gib mir ein paar Tipps, also wirklich Feedback, also, ähm, würde mich freuen, also, weil, ich merke, viele Leute gucken sich meine Videos, also haben mich zwar abonniert, so im Sinne von, ja, ähm, der hat's nötig oder wie, oder, ganz ehrlich, ähm, Wenn euch, also, ja, gebt mir Tipps, ähm, wie ich mich verbessern kann, wenn ihr meine Videos gar nicht erst guckt, ähm, dann bitte ich euch hiermit, mich zu de-, also, mich de-, mich zu, na, boah, mich zu de-abonnieren, ähm, und, ja, zwei Minuten später, oh mein Gott, null Abos, das ist echt scheiße, ne, ähm, ich glaube, ein paar Leute von euch gucken, Ähm, mich schon an, weil sonst hätte ich nicht so viele Views. Aber, ähm, ja, es freut mich wirklich, dass, ähm, ja, eine Sache, dass ich immer mehr Views hab als Abonnenten. Andersrum wäre das schlimm, also, ganz ehrlich, ist es sehr schlimm, wenn man, ähm, 100.000 Abonnenten hat und dann vier Views. So, das ist armselig. Ähm, ja, also, schreibt mir einen Game-Titel rein und einen, ähm, und einen Verbesserungswunsch. Also, ciao, ciao, Leute.